Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Conny und werde Sie durch dieses Tutorial begleiten. In den nächsten Minuten werden wir uns anschauen, was das Spannende an der Theorie der Konstruktionsgrammatik ist. Dazu werfen wir zunächst einen Blick auf wesentliche Grundannahmen und klären, was man unter einer Konstruktion und einem Konstruktikon versteht. Und dann schauen wir uns noch an, wie man Konstruktionen untersuchen kann. Also, legen wir los. Was genau ist Konstruktionsgrammatik? Die Konstruktionsgrammatik ist eine Grammatiktheorie, die davon ausgeht, dass zwischen der Grammatik und dem Lexikon einer Sprache nicht strikt getrennt werden kann. Im Unterschied zu traditionellen Grammatikmodellen, wie beispielsweise der generativen Grammatik, nimmt sie ein lückenloses Zusammenspiel von Grammatik und Lexikon an. Man spricht deshalb auch von einem Grammatik-Lexikon-Kontinuum. Die Konstruktionsgrammatik betrachtet sowohl lexikalische als auch grammatische Einheiten als symbolische Zeichen. Mehr noch, sie geht davon aus, dass sich lexikalische und grammatische Einheiten wesentliche Eigenschaften teilen und sich vorrangig in ihrer Komplexität und in ihrer Schematicität unterscheiden. Lexikalische und grammatische Einheiten sind also unterschiedlich komplex. Das wird besonders deutlich, wenn wir ein Wort wie sauber, das man typischerweise im Lexikon nachschlagen kann, mit Einheiten vergleichen, die wir standardmäßig eher an Grammatiken finden können, wie beispielsweise den korrelativen Komparativ. In »je sauberer, desto besser« muss nicht zwangsläufig das Wort »sauber« realisiert werden, ebenso wenig das Wort »besser«, um einen Vergleich zum Ausdruck zu bringen. Es könnte also ebenso »je höher, desto weiter« oder »je günstiger, desto erfreulicher« heißen. Eine noch komplexere sprachliche Einheit liegt im Falle des Resultativs »Er putzte die Fenster sauber« vor. Mit »sauber« wird sich hier auf das Ergebnis des Putzens bezogen. Die Resultative, also ergebnisbezogene Bedeutung, hängt auch hier nicht an dem Wort »sauber«. Sie geht auch dann nicht verloren, wenn wir den Satz komplett umformulieren, beispielsweise in »Sie trank ihre Milch leer«. Lexikalische und grammatische Einheiten weisen zudem unterschiedliche Grade an Schematizität auf. Während das Wort »sauber« beispielsweise vollständig lexikalisch fixiert und damit nicht schematisch ist, liegt bei »je sauberer, desto besser« ein teilschematischer Ausdruck vor. Also eine Kombination aus lexikalisch fixen Elementen und Bausteinen, die bis zu einem gewissen Grad austauschbar sind. Beim Resultativ »Er putzte die Fenster sauber« handelt es sich schließlich um eine Satzkonstruktion, die komplett schematisch ist und dementsprechend keine lexikalisch fixen Elemente enthält. Die Konstruktionsgrammatik macht also keinen Unterschied zwischen Einheiten, die traditionell eher dem Lexikon oder der Grammatik zugerechnet werden. Sie beschreibt sie stattdessen mithilfe eines einheitlichen Repräsentationsformats – der Konstruktion. Was ist eine Konstruktion? Konstruktionen sind konventionelle Formbedeutungspaare, die nicht vollständig kompositionell erschließbar oder durch eine hohe Auftretensfrequenz verfestigt sind. Diese Definition geht auf die Linguistin Adele Goldberg zurück. Was heißt das aber nun konkret? Es geht Goldberg in ihrer Definition darum, dass sich beispielsweise die Bedeutung eines Ausdrucks wie »ein Baum von einem Mann« nicht über seine einzelnen Teilbedeutungen ableiten lässt. Wir beziehen uns hier gerade eben nicht auf einen Baum, der einem Mann gehört, sondern wollen mit einem Vergleich verdeutlichen, dass der Mann, über den wir sprechen, groß und stark ist, eben wie ein Baum. Von einer Konstruktion spricht man also immer dann, wenn eine sprachliche Form, die unterschiedlich komplex sein kann, mit einer ganz bestimmten Bedeutung einhergeht. Beispiele wie »ein Baum von einem Mann«, also Beispiele für Konstruktionen, finden wir in der deutschen Sprache jede Menge. Konstruktionsgrammatikern wird so schnell also nicht langweilig werden. Die Konstruktionsgrammatik geht davon aus, dass man eine Sprache vollständig als ein Netzwerk von Konstruktionen, also im Rahmen eines Konstruktikons, beschreiben kann. Der Ausdruck »Konstruktikon« setzt sich aus den Wörtern »Konstruktion« und »Lexikon« zusammen. »Konstruktika« sind also gewissermaßen Lexika, deren zentrale Einheiten grammatische Konstruktionen sind. »Konstruktika« werden im Rahmen der sogenannten »Konstruktikographie« entwickelt, eine gebrauchsbasierte Variante der Konstruktionsgrammatik, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ihre Erkenntnisse aus der Anwendung der Theorie auf konkrete Sprachdaten gewinnt. So wie sich die Lexikographie der Erstellung von Wörterbucheinträgen widmet, ist es die Aufgabe der Konstruktikographie, Artikel zu grammatischen Konstruktionen zu verfassen. Das allererste »Konstruktikon« wurde von Charles Fillmore 2012 an der Universität von Kalifornien ins Leben gerufen. Das Berkeleyer Framelet-Konstruktikon verfolgt seitdem das Ziel, grammatische Konstruktionen des Englischen zu dokumentieren und ihre Beziehungen zueinander zu beschreiben. Mittlerweile steht es nicht mehr alleine da. Weltweit werden in unterschiedlichen Projekten sprachspezifische Konstruktika in Form von Online-Ressourcen aufgebaut, zum Beispiel für das brasilianische Portugiesisch an der Universität von Justefora unter der Leitung von Thiago Torrent. An der Universität Göteborg entsteht in Zusammenarbeit mit Benjamin Linkfeld ein schwedisches Konstruktikon. Laura Janda und ihr Team bauen an der norwegischen Universität Tromsil ein Konstruktikon für das russische auf. An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf entsteht unter der Leitung von Alexander Ziehm ein deutsches Konstruktikon. Und auch an der Universität Keo wird von Kyoko Hirose Ohara und Mitarbeitern ein Konstruktikon für das japanische entwickelt. Von Interesse sind allerdings nicht nur die Beziehungen von Konstruktionen innerhalb ein und desselben Konstruktikons, denn insbesondere vor dem Hintergrund sprachspezifischer Konstruktika lassen sich eben auch sprachvergleichende Untersuchungen anstellen. So können genauso gut Beziehungen zwischen Konstruktionen unterschiedlicher Konstruktika oder auch Beziehungen zwischen ganzen Konstruktika zum Gegenstand gemacht werden. In diesem Kontext eröffnen sich also viele spannende Fragestellungen. Schauen Sie doch gerne mal auf den Seiten der unterschiedlichen Konstruktikon-Projekte vorbei. Es lohnt sich! Sie möchten selbst eine Konstruktion untersuchen, wissen aber nicht wie und wo Sie anfangen sollen? Kein Problem, wir schauen uns jetzt an, wie man Konstruktionen im Konstruktikon-Stil analysieren kann. Bevor wir allerdings in die Praxis einsteigen, müssen wir uns noch anschauen, wie Konstruktionen überhaupt aufgebaut sind. Zur Erfassung von Konstruktionen dienen verschiedene Analysekategorien. Zu den wichtigsten zählen das konstruktionsevozierende Element, kurz KEE, das Konstruktionselement, kurz KE und das Konstrukt. Das konstruktionsevozierende Element bildet so etwas wie den lexikalischen Anker einer Konstruktion. So evoziert etwa die Zwei-Wort-Einheit WASFÜR die Exklamativ-Konstruktion. Je schematischer eine Konstruktion ist, das heißt, je mehr es sich um eine grammatische Konstruktion handelt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie keine festen lexikalischen Elemente enthält. Es gibt aber auch zahlreiche Konstruktionen, die lexikalisch nicht spezifiziert sind, die sich also nicht durch mindestens ein festes lexikalisches Element auszeichnen. So können in die Doppelobjektkonstruktion beispielsweise ganz unterschiedliche Verben eintreten. Auch solche, die normalerweise gar kein Dativobjekt fordern, wie im Fall von Backen. Bei Konstruktionselementen handelt es sich um Slots oder Leerstellen einer Konstruktion. Sie bilden neben dem KEE die Bestandteile einer grammatischen Konstruktion. Ein Konstrukt ist derjenige Teil einer sprachlichen Äußerung, der durch die Konstruktion lizenziert ist. Bei einem Konstrukt handelt es sich also um eine sprachliche Realisierung der Konstruktion im Sprachgebrauch. Da wir jetzt die wichtigsten Analysekategorien kennen, können wir uns nun in die Praxis stürzen. Eine Konstruktion untersuchen. Wie gehe ich vor? Die folgenden fünf Schritte helfen Ihnen dabei, einen Zugang zu Ihrer Konstruktion zu bekommen. Schritt 1. Formulieren Sie eine provisorische Definition der Konstruktion und Ihrer Elemente. Welche formalen und semantischen Eigenschaften weist die Konstruktion auf? Wie ist sie aufgebaut und was leistet sie? Beziehen Sie an dieser Stelle nicht nur Fachliteratur, sondern vor allen Dingen authentische Beispiele ein. Schritt 2. Exportieren Sie Belegstellen aus einem Korpus-Recherchesystem wie dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, kurz DWDS, oder dem deutschen Referenzkorpus, kurz DIRECO. Schritt 3. Fügen Sie mittels Annotation zusätzliche Informationen zu Ihren Daten hinzu. Welche Informationen Sie konkret annotieren, ist abhängig von Ihrer jeweiligen Fragestellung. Um die Form und die Bedeutungsseite einer Konstruktion beschreiben zu können, ist es in jedem Falle sinnvoll, die Konstrukte Ihrer Konstruktion syntaktisch und semantisch auszuwerten. Eine syntaktische Annotation dient dazu, Ihre Daten in Bezug auf die Wortarten und oder Phrasentypen auszuwerten, die für Ihre Konstruktion relevant sind. Da es mittlerweile online verfügbare Parser gibt, muss eine syntaktische Annotation nicht mehr zwangsläufig händisch vorgenommen werden. Beim Parsing wird einem oder mehreren Wörtern oder auch ganzen Sätzen automatisch eine Art Label, ein Tag, zugewiesen. Auf diesem steht dann, um was für eine Wortart oder was für einen Phrasentyp es sich handelt. Das automatische Parsen ist eine große Hilfe, ersetzt allerdings nicht Ihren kritischen Blick. Verfahren Sie also am besten nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kommen wir zur semantischen Annotation. Hierbei werden die Elemente der Konstruktion identifiziert und mit den entsprechenden Konstruktionselementnamen versehen. Schritt 4. Analysieren Sie nun die Schritte 1 bis 3. Welchen Einfluss haben die von Ihnen gewonnenen Erkenntnisse auf die vorläufige Definition der Konstruktion? Nehmen Sie notwendige Ergänzungen und Anpassungen vor. Sie befinden sich nun auf der Zielgeraden. Schritt 5. Vor dem Hintergrund Ihrer Ergebnisse können Sie nun eine finale Definition der Konstruktion formulieren. Reichern Sie diese um prototypische Beispiele an, die Ihre Aussagen belegen. Wenn Sie nun noch Ihre Vorgehensweise und die von Ihnen getroffenen Entscheidungen angemessen dokumentieren, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. In dem Wissen um die theoretischen und methodischen Grundlagen der Konstruktionsgrammatik, insbesondere der Konstruktikographie, sind Sie jetzt bestens gerüstet, um tiefer ins Thema einzusteigen. Vielleicht haben Sie ja sogar schon eine Konstruktion im Sinn, die Sie sich näher anschauen wollen. Viel Vergnügen und bis bald! Ihre Conny – Madenst karşı Vielen Dank.